In einer rechten Stadt hat es Lichtampeln. Eine rechte Ampel leuchtet. Eine rechte Ampel hat drei Phasen. Eine rechte Strasse hat eine grüne Phase. Eine rechte Kreuzung hat 20 Ampeln. 20 Ampeln an drei Phasen macht 60 Lichtlein. Eine rechte Stadt hat 100 Kreuzungen, macht 6000 Lichtlein. Die Schweiz hat etwa 20 grössere Städte, macht 120'000 Lichtlein. Eine Lichtampeln ist etwas Fröhliches. Sie wechselt alle Minute ihre Phasen. Rechnen. 120'000 Lichtlein. In der ganzen Schweiz wechselt alle Minute ihre Phasen. Wenn man das ausrechnet, in der ganzen Schweiz, also 120'000 Lichtlein, die alle Minute ihre Phasen wechseln, dann macht das pro Jahr. 63 Milliarden und 172 Millionen Mal. Auf und ab. wird einem gesagt, ob man nichts darf oder nicht. mitigate. Auf man nicht darf oder nicht. Auf man nicht darf oder nicht. Auf man nicht darf oder nicht. Ob man nicht zu dörf oder nicht, ob man nicht zu dörf oder nicht, über die Straße, über das Eckle.